Ralf Weber ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Vereinskarriere Ralf Weber begann seine Fußballkarriere 1974 bei der SPVGG Heinstadt, bevor er 1982 zu Kickers Offenbach wechselte. Von 1987 bis 1989 bestritt er für Offenbach 50 Zweitligaspiele, in denen er sechs Tore erzielte. Nach dem Lizenzentzug der Kickers wechselte er 1989 zum Lokalrivalen Eintracht Frankfurt für den RM4. August 1989 im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV sein Debüt in der Fußball-Bundesliga feierte. Nach zwei weiteren Einsätzen als Einwechselspieler bestritt er am 26. August 1989 bereits seine erste Bundesliga-Partie von Beginn an im Heimspiel gegen Bayer-Uerdingen und schoss drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich, der die Eintracht zurück an die Tabellenspitze beförderte. Der Mittelfeldspieler bestritt insgesamt 182 Erstligaspiele und 32 Zweitligaspiele für die Frankfurter Eintracht, der er bis zum Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2001 treu blieb. Ralf Weber war über seine gesamte Karriere hinweg von zahlreichen Verletzungen geplagt, die ihn immer wieder zu längeren Spielpausen zwangen. So absolvierte er zwischen 1995 und 1997 lediglich zwei Pflichtspiele für die Eintracht, in der Saison 2001 sogar kein einziges. Ehe er nach zahlreichen Operationen und erfolglosen Rehaversuchen 2001 seine aktive Karriere beendete. Legendär ist sein berühmter Ausraster aus der Saison 1991, 92. im letzten Spiel gegen Hansa Rostock, das aus Frankfurter Sicht 1 zu 2 verloren ging und der Eintracht den sicher geglaubten Meistertitel kostete. Aus Wut über einen nicht gegebenen Elfmeter des Schiedsrichters Alfons Berg nach einem Foul des Rostocker Spielers Stefan Bürger an ihm im Strafraum, trat er nach Abpfiff gegen eine Fernsehkamera, der Kameramann erlitt ein blaues Auge. Weber entschuldigte sich später öffentlich bei dem Kameramann, der Verein begleicht den Schaden. Nationalmannschaftskarriere Nach einem früheren Einsatz für die deutsche U21 feierte Weber am 7. September 1994 gegen Russland sein Länderspiel-Debüt für die A-Nationalmannschaft. Bis 1995 absolvierte er insgesamt neun Länderspiele, erzielte jedoch keinen Treffer. Karriere als Spielerbeobachter Bis zum Ende der Saison 2013 14. arbeitete Ralf Weber im Auftrag von Eintracht Frankfurt als Spielerbeobachter.